Wer nächstes Jahr in den Urlaub fliegen möchte oder fahren möchte, sollte jetzt langsam buchen. Und wie macht man das am besten? Naja, man geht ins Reisebüro, schwenkt seinen Hintern sozusagen dahin oder man bucht online. Doch was sollte man eigentlich alles beachten? Mit welcher Fluggesellschaft sollte ich fliegen? Welche Urlaubsregionen sind sehr geeignet derzeit für die Urlaubsregion 2014? Ja, preislich, was sollte ich beachten? Und alles weitere, das klären wir hier heute in unserer Show in der Nockerblocker Touristik Show. Ja, ganz wichtig, natürlich ist immer, soll ich eine Postfahrreise nehmen oder soll ich mir selber Flug, Hotel, Transfer zusammenbuchen? Das ist immer so eine ganz große Frage, weil der eine ist ein Schnäppchenjäger, der sagt, ja einen Flug, den kriege ich für 20 Euro und ein Hotel, das kriege ich für 100 Euro und einen Transfer kriege ich für 10 Euro und bin für 200 Euro weg. Vielleicht auch Mallorca statt für 400. Aber das ist nicht immer so richtig, wie man denkt, weil man beachtet viele Sachen nicht. Die Steuern und Gebühren müsste man bei Airlines beachten, dann Transfer, dann bekommt man manchmal das beste Zimmer, weil in Hotels ist das immer ein bisschen anders. Und das ist halt immer so die große, riesengroße Frage. Meine Meinung nach, also ich bin ja ein bisschen so der Touristikexperte, ich sage immer und rate auch immer, die Pauschalreise zu nehmen. Nicht nur, dass man einen großen Vorteil hat, sondern man ist auch immer abgesichert. Man hat seine Airline, meistens ist es eine gute Airline, eine Charter-Airline auch und dann fliegt man sozusagen bis zu seiner Urlaubsregion hin, dann steigt man in den Transfer ein, fährt damit zum Hotel, hat ein super Hotelzimmer, hat eine komplette Vollverpflegung. Wenn man Probleme hat, dann wandt man sich zu seinem Reiseleiter und so weiter und so fort. Das heißt, man hat keine Probleme, man bezahlt nur einen einmaligen Preis, als alles unterschiedlich zu buchen. Und man hat auf jeden Fall einen großen Vorteil im Gegensatz zur Eigenbuchung. Also immer daran denken, wenn es so sein sollte, dann Pauschalreise nehmen. Ja, wie ich ja schon gerade eben gesagt habe, Pauschalreise sollte man ja auch mal so ein bisschen bevorzugen, sollte man auch nutzen. Ja, wo sollte man denn seine Pauschalreise buchen? Online oder im Reisebüro? Das ist immer so ein riesengroßer Unterschied. Es gibt ja mehrere Online-Plattformen, die sowas anbieten, wie zum Beispiel ab in den Urlaub.de, Sonnenklar TV, ganz berühmt. Die bieten ja auch ihre Shows immer im Fernsehen oder als Livestream im Internet an. Meiner Meinung nach würde ich sagen, das kommt immer darauf an, wo ihr hinfahren, fliegen wollt. Wenn ihr weit weg fliegen wollt, dann solltet ihr auch mal online. Also es ist immer ganz gut vergleichen. Das ist wie, ich möchte mir ein Spiel oder eine Konsole oder ein Computer oder irgendwas kaufen. Dann vergleiche ich auch immer direkt beim Laden vor Ort oder im Internet. Das ist immer euch überlassen. Am besten auch das gleiche Hotel suchen. Aber ganz wichtig ist doch, welche Hotelkategorie in welcher Region. Doch erstmal sollte man wissen, in welche Region sollte man nächstes Jahr überhaupt reisen und in welcher nicht. Ja, das sind wunderschöne Urlaubsregionen, die ihr gerade gesehen habt. Was ich euch gezeigt habe, ist natürlich Spanien, Portugal, also generell Europa. Italien ist auch mal ganz schön. Bella Italia, ne. Und auf jeden Fall, Türkei lohnt sich immer. Wo man ein bisschen aufpassen sollte, ist vor allem Tunesien und Ägypten. Ägypten ist dadurch, durch diese vielen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt, so wie in anderen größeren Städten, immer sehr gefährdet. Auch unser deutscher Auslandsdienst sagt immer wieder, stellt Warnungen voraus und so weiter. Deswegen sollte man dort immer ein bisschen aufpassen. In Tunesien sollte man auch immer ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, wenn es nach Spanien gehen sollte. Jeder kennt die Urlaubsregion Nummer 1. Mallorca. Das ist der Hammer. Mallorca, Badaman, über Millionen fliegen da hin. Das ist die Urlaubsregion für die Deutschen eigentlich. Aber auch Kanaren, also vor allem Teneriffa und Fuerteventura sind sehr schöne Regionen. Ibiza kann man sich auch angucken, also jetzt nochmal zurück auf die Balearen. Türkei kann ich persönlich nur empfehlen. Ich als Türkei-Fan, türkische Riviera ist immer sehr toll. Vor allem Side und Alanya. Also man sollte immer, man landet ja in Antalya, dann sollte man Side auswählen oder Alanya. Aber auch der, auch ganz am Anfang von Antalya, sobald man Richtung Side fährt, so die nächsten Regionen, Belek zum Beispiel, kann man auch nutzen. Die Frage ist ja immer, wenn man in einem Hotel ist oder wenn man ein Hotel buchen möchte, wie viele Sterne sollte das Hotel haben und so weiter. Worauf muss ich vor allem achten? Man hat natürlich diesen wunderschönen Katalog von Neckermann oder ITS. Man guckt rein und man sieht, ach ist das schön. So was stelle ich mir vor. Ja, darauf sollte man immer genau aufpassen, denn diese Kataloge, die sind immer von Photoshop und alles mögliche bearbeitet worden, schön gemacht worden. Und das ist halt ein riesengroßer Fehler, den man dann immer begeht. Deswegen immer ganz groß Reisebüro, am besten Reisebüro seines Vertrauens anrufen, fragen. Meistens stellen die auch direkte Reiseangebote. Ich kann ihnen natürlich auch Reiseangebote stellen. Einfach dazu mal auf lockerblocker.de.tl gehen. Ja, in den einzelnen Regionen, wie zum Beispiel Spanien, Türkei, ist ein riesen Unterschied. In Spanien kann man schon ab drei Sternen anfangen. Man bekommt natürlich nicht einen großen Service. Man darf nichts zu viel erwarten. Wir Deutschen sind immer die, die sehr viel erwarten. In der Türkei empfehle ich persönlich, ab vier Sternen immer anzufangen. Der Vorteil da ist nämlich immer, bei drei Sternen ist das Problem, man ist irgendwo in der Stadt. Es ist laut, es ist nicht immer der Service, es ist noch weiter unter dem, was man eigentlich in Deutschland oder in Spanien sieht. Und das Problem ist, es wird sehr oft geklaut. Dazu gibt es viele Reportagen, habe ich dazu gesehen. Man hat da Tests gemacht, um Koffer zu klauen und so weiter. Und in drei Sternen hat es das immer geglückt. Bei vier Sternen hat man einen großen Service. Man wird nicht in den Stich gelassen, man wird nicht in eine Tonne getreten oder so. Man ist sozusagen, dort heißt es immer noch, der Kunde ist König. Deswegen immer darauf achten, aber jedes Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel zeigt auch wirklich Vier- oder Fünf-Sterne. Deswegen empfehle ich immer ganz groß, holidaycheck.de nutzen. Dort steht alles nochmal drin, alles, aber auch jeden einzelnen Punkt. Schreiben selber die Leute, wie der Urlaub war und welche Weiterempfehlungen sie geben. Ganz groß sollte man immer aufpassen, Spanien oder so kann man ab 80% anfangen. Immer besser ab 85%. In der Türkei empfehle ich immer persönlich ab 90% anzufangen. 90% ist immer der sichere Weg einzuschlagen. Das rein preisliche ist natürlich sehr großer Unterschied von 80% zu 90%. In der Türkei sind die Preise so ab 400 Euro, kriegt man ein gutes Vier-Sterne-Hotel pro Person. Inklusive Flug, dazu kommen wir ja gleich. In Spanien geht es ab 400 Euro mit einem Mittelklasse-Hotel los, also ab 500, 600 Euro ist es los. Ich persönlich finde mittlerweile Spanien sehr ausverschämend. Ich habe letztens verglichen, weil ich vielleicht ja nächstes Jahr mal nach Mallorca wollte wieder. Weil ich finde Mallorca ist eine schöne Insel, es gibt viel Kultur, aber auch Party und so weiter. Gut, Party ist nebensächlich. Ich bin da eher zum Sonnen-Chillen und so weiter. Aber als ich die Preise gesehen habe für zwei Personen, war man da schon bei guten 3000 Euro. Das haut natürlich ein vom Hocker, deswegen sollte man dann anders nehmen. Kanaren ist noch teuer. Ich hatte ein Angebot von 8.900 Euro in der Hand gehabt, für drei Personen natürlich. Also kann man sich ein bisschen runterrechnen, das ist mal bei 7.000, 6.000 Euro. Sehr übertrieben natürlich. Türkei ist vom rein preislichen sehr okay. Pro Person 862 Euro. Hatte ich dort ein sehr gutes Vier-Sterne-Hotel mit 96% Weiterempfehlung und Flug und so weiter. Zwei Wochen natürlich all inclusive. Aber zu den Angeboten kommen wir natürlich dann nächste Woche in unserer Show. Doch jetzt ist erstmal ganz wichtig, ihr wisst jetzt, welche Hotelkategorien er nimmt. Und jetzt kommen wir zu den Airlines. Ja, die Airlines, das ist immer eine große Frage. Ich will nicht diskriminiert oder rassistisch gegenüber anderen Fluggesellschaften sein. Doch ich persönlich bevorzuge deutsche Fluggesellschaften. Also Air Berlin ist da bei mir ganz weit oben erster Platz. Condor natürlich, Lufthansa. Ja, Germanwings kann man auch nutzen. TUI Fly, also für alle, die hier TUI dann suchen, die nutzen ja im meisten Fall dann TUI Fly. Wird meistens auch von Air Berlin durchgeführt. Aber letztendlich kann man jede Fluggesellschaft hier in Europa nutzen. Denn immerhin EU ist sehr streng, was Sicherheitsvorkehrungen angeht. Und deswegen, und sonst würde es ja hier keine Charter-Airlines geben, die unterm Niveau sind. Natürlich bei türkischen Fluggesellschaften, Atlasjet, Corendon und so weiter, hat man keine Unterhaltung. Man ist da sehr alleine. Also wenn man dann so eine Airline abbekommen sollte, empfehle ich schon mal persönlich, wenn ihr ein Smartphone habt oder ein Tablet, ladet euch einen Film irgendwie rauf. Oder nutzt eine DVD oder irgendwie und guckt es euch dort an. Dann, weil das ist das Einzige, was ich persönlich empfehlen kann. Sonst langweilt man sich. Also ich bin auch schon mit Sky Airlines geflogen, die sind mittlerweile eher pleite und bin da fast eingeschlafen. Musik gehört, eingeschlafen, das ist drei Stunden, das ist wirklich sehr lang in die Türkei dann. Ansonsten natürlich nach Spanien. Ihr könnt auch Billigfluggesellschaften nehmen, aber ich sage euch nur eins. Passt immer bitte auf die Billigfluggesellschaften auf. Die versuchen euch abzutocken und so weiter. Wine Air ist da ein ganz sehr gutes Beispiel. Deswegen guckt lieber Vergleichen. Vergleichen, erste Regel immer. Vergleichen, flüge.de oder sonstiges kann ich empfehlen. Nur vergleicht es. Ansonsten natürlich, Bordservice ist fast überall das gleiche. Es gibt ein Brötchen, obwohl bei Air Berlin natürlich immer ein Businessbrötchen angeboten wird. Während bei so einer Billigfluggesellschaft dann man für 5 Euro ein Gummibrotchen bekommt. Also auf die Sachen sollte man alles immer ein bisschen achten. Nämlich kann man jede Fluggesellschaft nehmen. Ich persönlich bevorzuge halt immer die deutschen Fluggesellschaften. Aber jedem das eine, wenn er meint, türkische Fluggesellschaften oder griechische Fluggesellschaften oder spanische Fluggesellschaften sind besser als jeder andere. Dann nutzt die. Aber wenn ihr Reiseangebote auch von eurem Reisebüro bekommt, dann immer ein bisschen darauf achten. Da steht am meisten geplant mit. Und dann irgendeine Airline. Geht ins Internet, guckt euch die Airline an. Wenn ihr sagt, nee, möchte ich lieber nicht haben, dann Reisebüro anfragen. Meist haben die jetzt noch um diese Zeit, im Dezember, haben sie noch ganz gute Flüge parat. Dann müsst ihr natürlich drauf zahlen. Das sind dann meistens bei Lufthansa schon 350 Euro für einen Flug in der Türkei. Aufpreis höher. Dann ist man natürlich schon sehr weit oben. Aber man sollte immer auf diese Sachen sehr doll aufpassen. Ja, wenn ihr das jetzt alles habt, dann seid ihr natürlich sehr zufrieden. Immer darauf achten, dass viele Reiseveranstalter, Neckermann usw. bieten Frühbucherrabatt an. So 18 bis 40 Prozent geht das wirklich hoch. Bis zu 40 Prozent kann man sparen. Also immer darauf auch noch achten. Frühbucherrabatt. Möglichst vergleichen, wenn ihr ein Hotel gefunden habt, dann habt ihr das alles. Frühbucherrabatt ist sehr wichtig, weil wenn ihr sehr spät bucht oder erst Last Minute. Last Minute ist meist sehr teuer im Gegensatz zu Frühbuchern. Also lieber mehr Vorfreude haben, als später auf die Fresse landen. Ja, das war unsere erste Show. Ich hoffe, sie hat euch natürlich sehr doll gefallen und ihr habt jetzt alles beachtet. Das heißt, ab schnell ins nächste Reisebüro. Außer ihr habt absolut überhaupt keinen Plan. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr gerne andere Videos haben wollt. Oder andere Urlaubsregionen, die ich vorstellen soll. Dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Sucht die Urlaubsangebote. Geht auf www.knockerblocker.de.tl Dort könnt ihr auf Kontakt gehen. Schreibt euer Wunschziel rein. Ich suche euch die besten Angebote raus. Damit ihr auch wirklich zum billigsten Preis reisen könnt. Und natürlich abonnieren klicken. Wenn euch das Video so hammermäßig gefallen hat. Für alle Facebook-Freunde. Facebook-Seite Knockerblocker. Dort könnt ihr auf Gefällt mir klicken. Da poste ich auch regelmäßige Angebote drauf. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch die Show gefallen hat. Und bis dahin. Ciao.